Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es was, wo ich mich extrem darauf freue und zwar gestern haben wir ja die SPCs gemacht und heute öffnen wir die Packs dazu. Wir haben insgesamt 8 Packs, das sind eigentlich gar nicht mal so schlechte Packs, die wir zu öffnen haben. Ich würde sagen, wir gehen die danach einfach gleich mal durch und erst zeige ich aber noch kurz das Team of the Group Stage, wenn man das irgendwo anschauen kann. Absolut kein Plan, ich glaube bei Team of the Week oder so. Und dann kann man das, glaube ich, ändern irgendwie. Challenge ändern, genau. Da geht das. Oder auch nicht. Okay, keine Ahnung, absolut kein Plan. Auf jeden Fall ist es Team of the Group Stage draußen. Ich bin extrem gehypt, vielleicht können wir ja was Geiles ziehen. Wäre auf jeden Fall heftig. Ich glaube es zwar eher nicht, weil es in denen Packs echt sehr selten ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich 40 Euro reinballere und mir ein ultimatives Pack hole. Aber selbst da ist die Chance nicht mal bei 2%. Also weiß ich nicht, ob das 40 Euro wert ist. Eher nicht so. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal der Reihe nach unsere Packs hier auf und schauen mal, was so drinnen ist. Wäre natürlich heftig, wenn da ein Walkout dabei wäre. Wir haben gestern 80k insgesamt dafür gezahlt. Das heißt, die 80k müssen wir irgendwie wieder rauskriegen am besten. So fängt das schon mal nicht wirklich gut an. Das ist Peati. Alles klar, nicht mal eine Wand. Tut ein bisschen weh. Also ich will auf jeden Fall die 80k wenigstens wieder reinbekommen, weil sonst wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Das Ganze wird jetzt natürlich nicht das längste Video, aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn man einfach mal so die Packs hier sieht und man sieht, was man so im normalen Rahmen rausbekommen kann oder erwarten kann. Ich habe jetzt einfach nicht das Geld wie irgendwelche Größe und YouTuber, um da jetzt 1000 Euro für Team of the Group Stage reinzustecken. Allein 100 Euro würden mir schon übelst schmerzen. Aber ja, wir öffnen mal das Zweite. Ich glaube, so kann man so ein bisschen einschätzen, wie gesagt, was man so rauskriegen kann aus den SPCs. Wenigstens eine Wand. Wenigstens eine Wand. Sehr gut. Frankreich. Stürmer. Das wird. Lacker Set sogar. Nice. Der ist vielleicht sogar noch ein paar tausend Nutzen wert wegen SPCs oder so. Und 84k gibt es sowieso, glaube ich, immer für ein bisschen was. Schauen wir mal. Ja, 4k sowas ist richtig nice. So kann es gerne weitergehen. Ich glaube, ich öffne danach jetzt diese seltenen Electrum Player Packs, weil ich glaube, dass die noch ein bisschen schlechter sind als die anderen, die kommen. So, wir öffnen das nächste Pack. Die hebe ich mir, glaube ich, auf und mache jetzt die hier auf. Ja, doch, das ist, glaube ich, jetzt schlauer, wenn ich die jetzt erst aufmache. Ich glaube, dass die nicht ganz so gut sind. Wie der andere mal hier auch Silberspieler drin sein können und bloß sechs seltene. Leider wieder kein Walkout. Vielleicht eine Wand. Ja, wird wieder eine Wand. Nice. Kroatien, Torwart, das wird so Passage. So ein Van Dijk oder so würde ich mich auch nicht beschweren. Der ist ja auch 100k oder 150k oder irgendwie sowas wert. Ich würde mich nicht beschweren, aber kann man natürlich nicht erwarten. So, wir öffnen das vierte Pack. Nochmal dasselbe. Prime Electrum Spieler Pack. Sechs Gold, sechs Silber, sechs seltene. Bitte ein Walkout vielleicht jetzt mal. Ich habe schon ewig kein Walkout mehr gehabt. Das ist echt heftig, beziehungsweise kein mehr, den ich gesehen habe. Ich habe auch wieder eine Wand. Aber das läuft doch. Deutschland, Torwart, das wird vorhin, okay. Zweite Liga, der wird also absolut für gar nichts gehen. Leider. Vermute ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal kurz nach. Rating könnte vielleicht ein bisschen mitspielen. Ja, ein paar tausend Münzen immerhin. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich letztens zwar einen Walkout gezogen habe, den allerdings geskippt habe. Also extrem dumm einfach. Aber naja, kann man nicht ändern. Das war Alexandro, darf ich mich echt nicht beschweren. Ich würde sagen, das sind eigentlich praktisch absolut dieselben Packs. Also sechs seltene Goldspieler. Ich werde aber die hier als erstes öffnen. Dann haben wir noch die coole Champions League Animation später. Wir öffnen jetzt unser fünftes Pack. Und haben einen Walkout. Nice, komm bitte. Oh, leider nicht blau. Aber immer einen Walkout. Oh, Europa League ist es. Sokrates. Oh mein Gott. Geil. 86er Sokrates. Europa League Walkout. Mega. Heftig. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Krank. Wie viel ist der Wert? Der geht doch safe ein bisschen was. Alter, wie nice. Ich dachte, was ist dahinter? Europa League Walkout Sokrates. Ja, 70k sowas, schätze ich mal. Schauen wir mal, ich guck mal kurz auf Football, was die sagen. Ja. Sokrates. Europa League Team of the Group Stage. 50k geht da. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt verkaufen oder behalten soll. Vielleicht steigt er wieder. Kein Plan. Aber ich glaube, ich ballere ihn jetzt einfach. Soll ich, ich weiß nicht, soll ich ihn draufballern? Ich hebe ihn einfach mal kurz auf und tue ihn so auf die Transferliste. Richtig heftig. Sau nice. Einfach ein Europa Team of the Group Stage. Sokrates gezogen. Ich weiß gar nicht, wen es da sonst noch so gibt. Absolut kein Plan. Also kann ich, wo man das nachschauen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich guck mal kurz auf Fitbin, ob es das hier irgendwo gibt. Ich sehe aber bloß das Champions League. Ah, noch hier sehe ich ein paar. Wir haben ja wirklich von den Europa League Team of the Group Stage den Besten gezogen. Extrem nice. Mega heftig. So, dann gehen wir ins sechste Pack. Oder ins fünfte Pack. Keine Ahnung, kein Plan. Mega heftig. Komm, gleich Back-to-Back-Walkout am besten. Nochmal ein Europa League Spieler. Oder jetzt vielleicht sogar ein Dings. Ein Champions League. Leider nicht. Aber trotzdem, ich bin absolut zufrieden mit dem Pack Opening. Ich habe zwar nicht das gezogen, was ich ziehen wollte. Ein Champions League Spieler. Aber ich beschwere mich absolut nicht. Allein schon, dass wir ein Europa League Team of the Group Stage ziehen. Ist ein Krieger heftig. Und dann auch noch den Besten. Taugt auf jeden Fall. Heißt, ich werde meine 80k, die ich benötigt habe, safe raus machen. Beziehungsweise die 80k, die ich für die SBCs gezahlt habe, werde ich safe wieder rein bringen. So, wir öffnen unser vorletztes Pack. Jetzt haben wir sogar nochmal die coole Champions League Animation. Vielleicht ein Walkout. Es wird kein Walkout. Leider. Vielleicht wenigstens eine Wand. Auch keine Wände. Schade. Dabei ist es natürlich extrem geil gewesen, bei denen Packs ein Walkout zu ziehen. Weil ich glaube, dass das dann mega heftig ausschaut. Mario Kötze haben wir hier drin. Und Piss Check. Ich habe einfach vorgestern in Marky Matchups investiert. Weil am Wochenende, beziehungsweise heute, spielt der Dortmund gegen Schalke. Und ich war mir sicher, dass das eine Top-Party sein wird. Aber EA denkt halt da irgendwie einfach absolut anders. Kein Plan, was die sich da dabei wieder gedacht haben. Ist einfach saudumm. Und haben mir da entviele Oods und Birkis gekauft. Aber irgendwie ist es dann nichts geworden, leider. So, wir öffnen das letzte Pack. Prime Gold Spieler Pack. Vielleicht wird es nochmal was. Mal schauen. Es wird leider kein Walkout mehr. Aber ich beschwere mich absolut nicht. Nochmal Wende vielleicht. Leider auch keine Wende. Also die Packs waren jetzt nicht so gut bis auf den Sokratis. Ich glaube, ohne den Sokratis hätten wir niemals die 80k reingeholt. Aber trotzdem, ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden. So, hier schauen wir uns nochmal an, was wir gezogen haben. Und sein Sokratis. Extrem geil einfach. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick gewähren, was man so ziehen kann. Ich habe natürlich extrem Lack gehabt mit dem Sokratis. Aber naja, gehört halt einfach dazu. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kleine Pack Opening gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.